Durch das Glas, durch jede Wand, folg ich dem Regenbogen, wo mein Traum beginnt. Verschnür die Schnute! Da bin ich frei. Ich kann nicht strecken! Alles, was die Willoughby-Kinder je wollten, war eine normale Familie. Doch ihre liebevollen Eltern hatten keine Liebe übrig für sie. Hi, Mami. Sie sind unheimlich. Barnabys, hör dir wohl auf! Unsere Eltern sind die Schlimmsten. Stell dir vor, wie bedeutend unsere Familie wäre, wenn sie weg wären. Wie schlägst du vor, zwei hinterhältige Erwachsene loszuwerden? Ganz einfach. Nein! Nein, nicht dort. Deshalb schicken die Willoughby-Kinder... Wir gestalten ein mörderisches Abenteuer. Ihre Eltern auf eine Reise, die zum Sterben ist. Gräßlich! Brutal! Was steht dort? Seht die Welt. Weißt du was noch? Es sind keine Kinder erlaubt. Ins Abenteuer! Wir haben es geschafft! Wir sind frei! Juhu! Juhu! Kinder, wir müssen los! Solange sie glauben, dass ihr keine Familie habt, werden sie euch verfolgen. Wir müssen zusammenbleiben. Wir finden eine neue Familie! Yeah! Nice! Meine Aufgabe ist es für euch zu sorgen. Ich wollte immer nur eine große Familie. Du hast eine große Familie. Sie brauchen dich. Und du brauchst sie. Das ist eine Süßigkeitenfabrik. Das Leben wäre trüb. Hätte man nicht jemand süß, mit dem man es teilen könnte. Was geben sie ihr zu essen? Ihnen nach! Nanny! Das Tor! Honestly, es wurde... Das Tor! Das ta Korriersch folt! Das Tor! Dascarinha! Das Tor! Das Tor! Vielen Dank.